Nein, warum sind die Wanderer schon wieder so komisch abgebremst worden? Nein, die anderen sind vor uns! Nein, warum sind die so viel schneller plötzlich? Das kann doch nicht wahr sein! Warum sind die plötzlich so viel sch... Ach komm, hey, kurz vorm Ziel, ich war erst und dann sind die plötzlich viel schneller als ich, oder wat? Hallo meine Freunde der großen Finale und willkommen zurück zu Let's Play Lego 2K. Ich bin der Drabo, ihr gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und dann starten wir gemeinsam in das große Finale. Wir wollen den Sky Cup gewinnen, wird uns das gelingen, das finden wir sicher heraus nach dem Gespräch mit Klatsch. Was sagst du, Renntalent? Bist du bereit für den Ruhm? Bist du bereit am Sky Cup Grand Prix teilzunehmen? Seid ihr bereit für den Sky Cup Grand Prix? Ich bin es auf jeden Fall, los geht's. Haha, auf die Antwort hatte ich gehofft. Gütiger Schrott, du hast eine Rakete gebaut? Nein, keine Ahnung, wo die herkommt. Wäre aber keine schlechte Idee gewesen, was? Egal. Wer ist die Person? Hier ist unser Transportmittel. Ah. Eine Frage. Wie funktioniert das Ding genau? Oh nein. Oh nein. Oh Gott, bitte nicht. Ich gebe dir das Signal und dann halte ich gut fest. Oh nein. Ich war lustig, dass wir in der Zwischensequenz kurz einen anderen Charakter zu sehen, war? Ah, ja. Ich werde ihn fragen. Entschuldige bitte. Sicher, dass das eine gute Idee ist? Klar bin ich das. Er sagt ja. Verliert nur nicht das Bewusstsein. Was? Drei, zwei, oh mein Schrau! Das kann nicht gut gehen. Jawohl, das Blink kommt am Ende noch sehr gut. Ah, und aus der Sky Cup. Aber eigentlich dürften noch nur seine Leute mitfahren, dachte ich. Mist! Jetzt muss ich ein echtes Rennen fahren mit echter Konkurrenz! Nicht eins von diesen getürkten Shadow Z-Gewinnsrennen! Also nicht, dass ich das jemals nötig gehabt hätte! Will jemand ein Autogramm? Hm? Sonderpreis! Oh, kann ich ein Autogramm haben? Nicht zu glauben! Dank euch Schwachmaten muss ich dieses Mal richtig antreten! Erinnert nicht daran, dass ich euch nach dem Rennen alle zum Arzt bringe. Ihr scheint nämlich eine Siegallergie zu haben! So, weiter! Los! Das größte Rennen des Jahres auf der größten und einzigen Rennbahn am Himmel! Die Fahrerinnen und Fahrer müssen eine Strecke mit scharfen Kurven, gewaltigen Sprüngen und rauem Gelände meistern, wo ihre Fahrzeuge um Gnade winseln werden! Sie sind die Besten der Besten! Doch es kann nur einen Champion geben! Bei der Konstruktion dieser Strecke wurde Null Wert auf Sicherheit gelegt! Damit ist sie einzigartig! Ha! Beruhigend! Alter, was hat der für eine Karre! Huiuiui! Hatte ich mal ganz am Anfang mal die Karre gesehen gehabt! Oh, ich hätte mir vielleicht nochmal anderes Fahrzeug holen sollen! Los! Los! Ich bin jetzt so an Japan erinnert das hier! Huh! Und hier hätte ich nicht springen sollen! Also der Sky Cup ist natürlich auch wie bei Mario Kart so die Regenbogenstrecke! Warum sind einfach Löcher an der Strecke? Oh no! Das Gute ist das relativ lineares! Das heißt, wenn man irgendwas abschließt, dann trifft man auch meistens jemanden! Huh! Äh, what? Okay, man muss viel hüpfen auf jeden Fall hier! Ja, Shadowgang 4! Ja, Shadowgang 4! Und ich bin hier auf dem fünften Platz! Oh, ist das so unerfreulich! So! Dann können wir zum Glück rüber springen! Über manche von den Dingern hier! Ja, du ballerst mal da drüben lieber rum! Weniger auf mich ballern! Boah, wie sind wir denn gerade entkommen? Dann ziehen wir uns die auch nochmal üben! Huh! Okay, hier ist viel springen angesagt! Hier kann man leicht irgendwo runterfallen! Vier Runden müssen wir insgesamt fahren! Mal schauen, wie lange das wird! Boah, die Strecke ist schon ziemlich cool gemacht! So, zwischendurch blitzt es hier auch mal! Ah, da ist auch der Regenbogen! Wenn ich schon von der Regenbogenstrecke geredet habe vorhin! Die Rainbow Road! Okay, wir haben die erste Runde geschafft! Das war schon eine coole Strecke, muss man sagen! Aber auch eine, wo man echt an jeder Ecke runterfallen kann! So, Fahrrad 2 haben wir gerade richtig weggehauen! Der Z-Kolleg ist leider ziemlich weit vorne schon! Aber man kann, glaube ich, hier auch eine Etage tiefer fahren, wenn ich das richtig sehe! Aber oben geht wahrscheinlich schneller, nehme ich an! Jetzt probieren wir mal die Etage tiefer! Was zur Hölle! Warum bin ich da gerade gestorben? Wo bin ich da reingefahren? Was ist passiert? Ich bin schon nicht immer noch siebter Platz, ey, das gibt es doch nicht! Dann wollen wir noch ein bisschen mehr Leistung kommen hier! Brauche ich besseres Fahrzeug! Ich weiß nicht, woran es liegt! Aber das Rennen konnte natürlich auch eines sein, was man nicht auf dem ersten Versuch schaffen soll! Weil es ja das letzte Rennen des Spiels wahrscheinlich ist! Aber vielleicht kommt dann irgendwie nochmal ein Duell gegen Klatsch oder irgend sowas! Vielleicht lässt sich da noch was einfallen! Vielleicht lässt sich das Spiel dann nochmal was entsprechendes einfallen! Wir werden sehen! Jetzt müssen wir uns erstmal schaffen, das zu gewinnen! Oh, das erinnert so an Mario Kart, an diese eine Strecke in den Wolken! Also nicht die Rainbow Road, sondern die andere! Die Strecke in den Wolken, ich weiß gar nicht, wie sie heißt! Nein! Das war mit Ansage, das war definitiv mein Fehler gewesen! Keine schöne Aktion! So, nochmal fliegen! Immerhin haben wir uns auf dem vierten Platz vorgearbeitet! Sagt er, als er den fünften Platz bekommen hat! Aber das war nur kurzfristig! So! Oh, da können wir vorne die anderen beiden abschießen! Jawohl! Da haben wir jetzt zwar auf viele geschossen, aber keinen so richtig abgeschossen! So, ich versuche wieder oben rum zu kommen! Oh, shit! Okay, wir fahren unten rum! Aber da werden wir nicht abgeschossen, wenn die anderen alle oben fahren! Oh! Wir sind kurzzeitig mal ganz vorne mit dabei hier! Da sehe ich doch ein paar andere hier! Mal kurz den Boost hier nutzen! Außen rum hier! Außen rum hier! Haben wir jetzt richtig lange geboostert, das war gut! Genau! Beeindruckend! So könnte man es auch nehmen! Da kann man sich dann schon mal den ersten Platz holen! Und das erst in der dritten Runde! Ja, wer glaubt hier fliegen zu können mit mir? Nee, 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 Fahrer 2! Kannst du zwar versuchen, aber das versuchst du noch einmal! So, für den König! Wir starten gleich in die letzte Runde! Vom dritten Platz! Schießen sich tatsächlich noch gegenseitig ab! Wahrscheinlich haben wir es nicht abgearbeitet, aber ich kann nicht mal drauf! Oh, den haut zu! Was? Den haut runter und der kommt trotzdem weiter vorne wieder raus! Was ist denn das? Die haben noch an! Aber das war gut, das hat er gerade gereicht, dass der abgestürzt ist, auf jeden Fall! Also ein Konkurrenz weniger da vorne hier! Ah, immer diese eine Stelle hier! War aber schön gedreht noch, das Ganze! No, Shadow Z, hau ihn weg! Ich habe gerade Shadow Z weg! Crash! Nein! Nein! Okay, das war's! Das war's mit dem Sieg! Ja, schade! Achter Platz! Ah, ein Fehler! Ein Fahrfehler und dann sowas, ey! Ärgerlich! Richtig, richtig ärgerlich und dumm, aber... Naja, jeder macht Fehler! Und dann kriegen wir eine Spinne! Dann kriegen wir eine Spinne, weißt du? Wenn es am wichtigsten wäre, mal gescheitere Items zu bekommen, dann bekommen wir die Spinne! Oh, wir können aber trotzdem noch den ersten Platz bekommen! Wir haben auch ein bisschen... Ein paar Chancen bestehen noch! Boah, jetzt würde ich ein bisschen mehr leisten hier! Jetzt kommen die letzten Kurven tatsächlich! Upp, springe nochmal! Ah! Ja, nee, so nicht! Da wurde ich nochmal abgeschossen kurz vorm Ziel! Das wird nix mehr! Das ist leider schon das Ziel! Und es reicht leider nur für den dritten Platz! Enttäuschend, ich weiß! Aber man kann leider nicht immer gewinnen im Rennen! Naja, dritter Platz auch nicht schlecht! Aber wir wollen den Sky Cup gewinnen! Deswegen werden wir das Ganze natürlich nochmal machen! Ah! Es lief so gut! Und dann ein Fahrfehler! Wenn wir den nicht gemacht hätten, dann wäre alles anders gelaufen! Aber zum Glück sehen wir jetzt an der Stelle natürlich auch was passiert, wenn man es nicht schafft! Das ist vielleicht auch nochmal spannend! Es passiert gar nichts! Wir kriegen aber dann die Chance, es nochmal zu machen! Das war eine vernichtende Niederlage für das Racing Team! Ich hätte Ihnen den Sieg so gegönnt! Ich bin zwar unparteiisch und völlig neutral, aber ich hätte es Ihnen definitiv gegönnt! Jetzt müssen Sie ein ganzes Jahr auf Ihre nächste Chance warten! Und Sie müssen bei Null anfangen! Und alle Rennen nochmal gewinnen! Wer hat überhaupt gewonnen? Ich habe wirklich nur auf das Racing Team geachtet! Keine Ahnung! Jedenfalls nicht unser Lieblingsrennstar! Also ist es mir auch egal! Zum Glück müssen wir nicht wirklich bei Null anfangen und ein ganzes Jahr warten! Wir versuchen es gleich nochmal! Und holen uns den Pokal! Heißt das etwa, wer den Pokal gewinnt, darf ihn nur ein paar Minuten behalten? Das heißt, das Rennen hat nie stattgefunden! Ich liebe es, wenn sich das Spiel selber nicht ernst nimmt! Aber war es sogar fast mal wert, hier zu verlieren! Jetzt sehen wir aber auch, was wir als Belohnung bekommen, wenn wir den Sky Cup schaffen! Ah, wir bekommen die Kerle von... ...vom Shadow Sea! Okay, na gut! Nochmal neuer Versuch! Diesmal schaffen wir es! Gut, haben wir gerade nochmal einen Boost bekommen, weil wir auf Shadow Sea gelandet sind! Jetzt nicht in die Mine reinfahren! Was könnte sonst tödliche Konsequenzen haben? Und ich glaube es sieht... Nein! Warum sind die noch schon wieder so kurz abgebremst worden? Nein! Die anderen sind vor uns! Nein! Warum sind die so viel schneller plötzlich? Das kann doch nicht wahr sein! Warum sind die plötzlich so viel schneller... Ach komm, hey! Kurz vor dem Ziel, ich war erst und dann sind die plötzlich viel schneller als ich, oder was? Oh Mann! So ein Schmutz! Schon wieder nochmal einen dritten Versuch, baue ich, oder was? Oh Mann! Nervig! Richtig, richtig nervig! Ah! So, ich glaube, bevor ich den dritten Versuch angehe, tue ich tatsächlich nochmal kurz die Fahrzeuge wechseln. Also den McLaren behalte ich auf jeden Fall, aber hier glaube ich nehme ich mir tatsächlich meinen schnellen Flitzer vom Anfang... Oder wir nehmen den 4x4 Adventurer... Ne, der ist mir zu langsam. Alles auf Geschwindigkeit jetzt machen. Jetzt muss alles hier auf Geschwindigkeit gehen, so. Du hast mir aber Glück gebracht, oder? Sehen wir den Polizei? Ne, wir nehmen den hier. Wir bleiben beim Roadster. Jetzt nicht wieder... Jetzt nicht wieder... Nein! Genau nicht das wieder wie beim letzten Mal! Nein! Nein, ich brauche Shadowsie! Oh, shit! Nein, Shadowsie ist so weit weg, das gibt's doch nicht! Nein! Nein, der vierte Platz! Nein! Ja, das Renne ist echt richtig schwer, das kann doch nicht wahr sein. Ah, Mann, 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 zum Glück kriegen wir jedes Mal trotzdem eine kleine Belohnung. So, jetzt kommen wir nochmal schön driften hier, genau, du fährst in die Mine rein. So, Fahrer 3! Scheiße, warum ist der Fahrer... Wie schnell ist denn der da vorne, bitte? Ah, kann doch nicht sein! Nein, schon wieder nur zweiter Platz. Ah, dieses Rennen regt mich auf, das Rennen regt mich richtig auf gerade. Ah, so ein Schmutz! Diesmal bin ich noch nicht mal in die Mine reingefahren, ich hab nicht mehr seinen Fehler wie letztes Mal gemacht. So, ich hab jetzt den Polizeiwagen genommen, vielleicht bringt der uns ja Glück. Oder den Sieg, vielleicht haben sie ja dann Angst, die Shadow-Leute, dass sie verhaftet werden hier. Für ihre fiesen Machenschaften beim Sky-Pokal. Betrug beim Sky-Pokal. Ich wittere es. Ah, gut, mal gucken. Vielleicht klappt's ja mit dem Polizeiwagen, vielleicht auch nicht. Nachher ist man immer schlauer. Shadow-Z ist auf jeden Fall nur auf dem vierten. Vielleicht hat er schon Angst vor der Polizei, das macht ihn nervös, ich weiß es doch. Ich weiß es eigentlich nicht, ich hoffe es einfach nur. Oh, schön hier durchgemanövriert gerade eben. Entschuldigung, Frau übriert. Wir sind ja als Dame unterwegs aktuell. Alarm! Irgendwie sind die sehr weit vorne und wie sehr weit hinten. Ich habe so das Gefühl, der Polizeiwagen hat noch nicht die gewünschte Wirkung. Hui! Da muss ich echt irgendeine von den Wagen nehmen, die noch irgendeinen speziellen Bonus haben. Um hier was zu reißen. So, da gab es noch mal eine Spinne. Ungefähr das unnötigste Alte, was ich an dieser Stelle bekommen kann. Schon fast wieder die Mine mir viel zu nahe angeschaut. Ich hasse diese Mine. Du bleibst mal schön zurück. Fahrer 3. Dafür wirst du gleich vom Fahrer 5 ersetzt. Das hat nicht viel gebracht, viel gebracht, einen wegzuhauen, wenn dann gleich der nächste hinterherkommt. So, apropos 3. Das sind mal drei, holen wir uns jetzt gleich, habe ich gehört. So, zumindest ein paar Fahrer geärgert, aber leider keine komplett ausgeschaltet. Sag mal, ich gehe auf die Zufallseitems und kriege wieder so eine blöde Spinne. Kann ich nicht mal einfach den ersten Platz Boost bekommen oder so. Ja, ich weiß, das Ding heißt anders, aber er ist trotzdem ziemlich krass. Also diese Art Kugelville, den es da gibt, wo man durch so ein Portal durchfährt quasi, den man ungefähr zweimal am ganzen Spiel hat oder so. Na ja, ist ganz so selten auch nicht, aber oft hatte ich ihn noch nicht. Dabei sammle ich extra immer so schön diese Dinger hier ein. Jawohl, genau das alte wollte ich jetzt haben. Kommt beide weg da vorne. Jawohl. Ersten und zweiten Platz direkt weggehauen. So mag ich das. Und jetzt nochmal einen schönen Geist oder sowas. Nein, Rakete, auch schön. Irgendjemand hat es ja gerade schon wieder in die Mine erwischt. Oh, shit, 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 wer schießt denn da schon wieder? Du schießt hier. Ach Gott, wo ist denn die Rakete hingegangen? Ich habe ihn doch extra anvisiert. Fahrer 2 kann das komische machen, wo wir uns alle unsere Fahrzeuge kurz kaputt gehen. Also diese Fake, haben wir die schon mal eingesetzt? Das ist quasi wie der Blitz so ein bisschen bei Mario Kart. Das ist aber ehrlich gesagt nicht, was es genau ist. Shit, ich fahre jetzt genau vor einen, der diese Superwaffe hat. Wenn der anfängt zu ballern, bin ich erledigt. Nein, bin ich auch so. Runde rein, ich habe das Gefühl, der Polizeiwagen reicht zwar dafür, dass ich vorne mitfahren kann, aber nicht dafür, dass ich vorne wegfahren kann. Und vorne wegfahren wäre ich eher mein Ziel, als mitfahren. Ja, da hat es den ersten gerade erwischt, so mag ich das. Da rechts könnte eine Abkürzung sein. Oh, ich glaube, ist das eine Abkürzung? Nein, das ist keine Abkürzung. Das sieht nur so aus. So, dritte Runde. Nähert sich dem Ende zu. Wir sind auf dem dritten Platz. Oh, sogar zu zweimal auf dem ersten Platz. Sollten wir mal kurz genießen. Die Kurve war okay, auch wenn ein Fahrer 6 vor uns ist. Ich sag mal, das ist eh noch egal. Es zählt nur die dritte Runde. Äh, die vierte Runde. Die letzte Runde meine ich. Normalerweise sind im allerguten Dinge drei, aber in dem Fall gibt es tatsächlich vier Runden bei dem Rennen. Dann schon wieder eine richtig rumgeballert hinter uns. Die sind so schnell am Ende hier. Das ist so krass. Auch wenn es nur einer ist, aber der ist immer richtig schnell. Oh, ich bin über die Spinne drüber gehüpft. War natürlich absolute Absicht, dass ich darüber gehüpft bin. Ah, kein Item bekommen. Dafür die Kurve gut genommen. Wuuu. Und schon wieder kein Item, aber da hätte es eh nur die Spinnen gegeben. Die Spinnen sind nicht mein Lieblings-Item, muss ich sagen. Jetzt sollten wir mal die Frau mit dem Katzen-Katzen-Mobil nehmen. Aber das war gut gefahren gerade eben. Aber mit dem Katzen-Mobil würden wir immer Sachen nach hinten droppen. Ja, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir damit die Gegner ein bisschen ärgern könnten. Äh, nein, ich wollte das Item haben und das ist mir nicht runtergefallen. Ah, ja, das waren glaube ich dann auch unsere Chancen auf den Sieg, die ich da gerade eben verspielt habe. Ah, ärgerlich. Egal. Ah, ah. Ah, ja, so, so verdient man sich zu gewinnen. Auch wenn ich gerade an den ersten Platz gefahren bin, aber... Komm, Geist, jawoll, Geist. So, dann erwischen mich zur Abwechslung mal nicht die Minen. Wir können ein bisschen Boost sammeln. Und haben dann auch genügend Boost für den letzten entscheidenden Sprung zum Sieg. Wir haben gesiegt, Sky Cup Champion. Eieieiei, das ist zwar nicht ganz die Wolkenstrecke bei Mario Kart gewesen, aber... Also die, da, die, die allerletzte, ihr wisst, was, äh, nicht die Wolkenstrecke bei Mario 3D World meine ich. Nicht ganz so schlimm, aber doch durchaus herausfordernd. Schon mal ein paar. Wiedereinstieg mit voller Boost-Anzeige, aber halbiert eine Energie. Ah. Okay. Shadow Z's Fahrzeug haben wir bekommen. Die Shadow Z's Bestie fürs Gelände. Die anderen Fahrzeuge von ihm bekommen wir gar nicht. Doppelsprung haben wir bekommen. Oh, kann man Doppelsprung machen, auch praktisch. Und den Rivalen haben wir besiegt. Shadow Z ist erledigt. Erledigt. Joa, war erfolgreich, Sky Park, Sky, äh, Cup gewonnen. Mit einer Sekunde Vorsprung. Naja, einer halben Sekunde. Egal, jetzt bin ich gespannt auf die Zwischensequenz. Oh, da hat's aber tatsächlich funktioniert mit dem Polizeiwagen, fällt mir gerade auf. Der Polizeiwagen hat den Unterschied gemacht. Oh, ich bin stolz auf dich. Genauso wird's gemacht. Ganz genau. Meinen Glückwunsch an den Champion. Sieh sich einer diesen riesigen Pokal an. Gültiger Schrott. Wie kriegen wir den bloß nach unten? Gar nicht. Das ist meiner. Du verdienst ihn nicht. Du bist ein Niemand. Ich habe ihn verdient. Nach mir wurde sogar ein Rasierwasser benannt. Guck. Eine Rollschuhmarke. Mein drehbarer Helm. Äh, Z? Und sogar meine eigenen Shadow Z-Murmel. Nicht clever. Im Ernst. Z? Ach, lass es Rating. Ich weiß schon, was... Oh, oh je, Hilfe! Ah! Ich bereue alle! Tja, wir überlegen uns besser, wie wir das Teil runterbringen. Okay. Wird schon nichts passieren. Auf ihn drauf, oder? Dafür, dafür bösen die noch. Wenn ich diese Betrüger erwische, dann erleben die ihr blaues Wunder. Und zwar richtig. Ja, Last Christmas ballert immer. Also kehren wir zurück zum Turbo-Feld. Die Racing-Rennbahn war noch niemals berühmter. Und du bist offiziell der weltbeste Rennfahrer. Netzt! Ist das zu fassen? Der Sky-Pokal landete genau auf der Rennbahn. Die Chancen waren minimal. Erzähl mir nie, wie meine Chancen stecken. War das? Oh, sorry. Falscher Film. Star Wars-Anspielung. Was denn? Wie erging es wohl? Shadow Z. Ja. Wie wohl? Ja. Was zur Hölle? Er kommt zurück. Zweiter Teil angeteasert. Sehr geil. Zombie Z ist im nächsten Teil dann angesagt, oder so. Ah, es ist sogar Stufe 25 geworden. Stufe 30 hätten wir gebraucht für die Trophäe. Also da muss man noch einige Goldmedaillen holen, wenn man sich die holen will. Unglaublich! Und auch wieder nicht. Du bist der Sky-Cup-Champion. Aber eigentlich war mir schon damals auf dem Turbo-Feld klar, dass du das Zeug dazu hast. Naja, du sagtest, falls der Neuling Fiedl nicht gefällt, suchst du so lange nach einem Fahrer, bis es endlich passt. Ja, der Hund ist schon ein entscheidender Faktor, würde ich sagen. Aber zum Glück liebt Fiedl unser Renn-Talent. Stimmt's, Fiedl? Oh, gut. Wir zeigen gleich den Abspann. Bleib noch ein wenig und sieh ihn dir an. Denn vielleicht folgt danach oder mittendrin ja noch eine wichtige Szene, die du nicht verpassen möchtest. Keine Ahnung, was dieser schwere Text soll. Er ist auch immer seitenverkehrt. Aber es ist faszinierend. Na, dann schauen wir mal, wie die Credits ablaufen. Oh, da kommen die Credits auch schon. Lego 2K Drive haben wir gespielt. War lustig. Also von mir gibt es auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung für das Spiel. Hat sich auf jeden Fall gelohnt zu spielen, würde ich sagen. Grafisch top gewesen. Das Gameplay hat Spaß gemacht. Es war abwechslungsreich. Es gab viele verschiedene Rennen. Die Gegnertypen waren cool. Die Gegner wurden auch immer kurz vorgestellt. Waren jetzt nicht irgendwelche anonymen Leute. Es gab so eine mehr oder weniger wichtige Story, dass man halt einen Rivalen hat und den durchs ganze Spiel verfolgt, um ihn dann am Ende beim Superrennen zu schlagen. Aber sowas gibt es ja meistens eigentlich so bei jedem Rennspiel, wenn es eine Story gibt, sowas in die Richtung. Von daher. Hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ich habe es jetzt übersprungen. Ich glaube nicht, dass da eine Endcredit-Szene drin gewesen wäre. Das war nur, um uns zu triggern. Bitte, was? Ganz recht. Du hast inzwischen überall auf der Karte Fans, denen es eine Ehre wäre, wenn der Sky Cup Champion für eine Revanche zu ihren Rennen zurückkehrt. Aha. Vergiss nicht, dass noch jede Menge Aktivitäten, Sammelobjekte und wütende Roboter auf dich warten. Also los, Renntalent. Lass uns da rausgehen und der Welt zeigen, was du wirklich drauf hast. Okay. Also, der Polizeiwagen hat tatsächlich einen Unterschied gemacht. So, wir haben es geschafft. Nee, also wie gesagt, Spiel ist absoluter Empfehlungssound. Alles top. Oh, das ist zum Beispiel neu hier. Sehr cool. Uns wurde sogar eine Statue gebaut hier, eine goldene. Finde ich gut. Man sollte mir öfter Statuen bauen. Wir können nochmal kurz auf die Karte schauen. Aber, wie gesagt, es gibt jetzt nicht neue Rennen, sondern es gibt einfach Rennen, die man jetzt nochmal machen könnte, um halt noch weitere Punkte zu sammeln, um dann auch irgendwie Stufe 30 zu werden entsprechend. Aber sonst, glaube ich, gibt es hier gar nicht mehr so viel Spannendes. Aber es hat sich trotzdem gelohnt, das Spiel auf jeden Fall durchzuspielen, meiner Meinung nach. Hat Spaß gemacht. War auch abwechslungsreich. Die Herausforderung zwischendrin hat es immer wieder aufgelockert. Dass man zwischen den Fahrzeugen wechseln konnte, war cool. Manchmal hat der Wechsel nicht direkt schnell funktioniert. Habt ihr ja gerade eben auch wieder gesehen. Dann hat man irgendwie so ein bisschen Zeit verloren. Gerade in den wichtigen Rennen jetzt am Ende war das natürlich manchmal ein bisschen ärgerlich. Aber trotzdem war es auf jeden Fall... Also ich finde, ich hatte mit dem Projekt auf jeden Fall Spaß. Ich habe mich jedes Mal drauf gefreut, wenn es zur nächsten Aufnahme ging, wenn ich wieder weiterzocken konnte. Es gab auch coole Nebenmissionen. Also es gab nicht nur diese Hauptrennen, sondern auch ein paar lustige Nebenmissionen, wie das mit dem Roboter kaputtfahren und so. Jetzt nicht die Ultra-Abwechslung, aber trotzdem was zumindest ein bisschen das ganze Geschehen nochmal aufgelockert hat. Und was auf jeden Fall dafür gesorgt hat, dass man Spaß beim Spielen hatte. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel gefallen hat. Ob ihr es euch holen werdet oder ob ihr es euch vielleicht sogar schon geholt habt. Wie euch das Let's Play gefallen hat, was ich noch besser machen könnte. Und überhaupt welches Wetter gerade bei euch ist. Ach so, eins habe ich noch vergessen hier. Muss ja noch das neue Fahrzeug, was wir gerade bekommen haben hier. Gerade eben haben wir es freigeschaltet. Jetzt muss ich es natürlich auch noch mir holen direkt den... Warte, der war hier nicht mit dabei. Der war hier mit dabei. Genau, die Shadow Z-Best, die haben wir ja noch. Wir haben leider nicht den Rennwagen freigeschaltet. Dafür müssten wir es wahrscheinlich nochmal auf eine andere Stufe machen, das Rennen oder so. Aber schaut zumindest ganz cool aus. Die Karre im Gelände. Damit können wir auf jeden Fall... Zumindest die Gegner im Gelände können wir damit auf jeden Fall dominieren. Ich gucke gerade nochmal, der Sky Cup, den können wir jetzt ja theoretisch... Ah, das war gerade nur auf Stufe... Ah doch, es war auf Stufe A gemacht, der Grand Prix. Der Sky Grand Prix. Man kann ihn natürlich jetzt auch auf den geringeren Stufen auch nochmal machen, den Sky Grand Prix, was irgendwie ein bisschen sinnlos ist. Aber wir können es theoretisch auch auf den niedrigen Stufen machen. Wahrscheinlich gibt es dann andere Belohnungen, nehme ich mal an, oder? Schauen wir mal. Ah ja, da bekommen wir dann die anderen Fahrzeuge von Shadow Z. Und man bekommt einen Bus. Man bekommt nicht mal alle Fahrzeuge von Shadow Z. Okay, man bekommt einen Bus, wenn man es auf Stufe A macht. Oh, spannend. Äh, auf Stufe C macht. Ja, auf Stufe A, auf der wichtigsten Stufe haben wir es geschafft. Das ist ja das Entscheidende gewesen. Ansonsten wünsche ich euch wie einmal eine wunderbare Zeit. Würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem solltet ihr meinen Kanal abonnieren, wenn ihr noch mehr Lego Let's Plays, Star Wars Let's Plays oder überhaupt Let's Plays sehen wollt. Ich wünsche euch wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit euch sein. Servus!